Hallo und herzlich willkommen zurück und rabble und herren sound kann gar nicht sein ich geh ja schon sind wir jetzt immer noch die ich mach jetzt einen anderen Skin dann mach ich auch wieder einen anderen Skin wo ist denn meiner das ist so da ich immer geschunden werde das Blutgesicht jetzt ändert sich denn da da ändert sich ja gar nichts mal hier in der Skin gucken was es hier so gibt ja hatte ich auch gerade oh lag ja gut die ganzen Skinwechsel Skinwechsel außerdem sieht das aus als wäre ich geduckt 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 hä wieso geht das nicht ah ok 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 ich hab ich hab Stefan komm mal kurz hoch ich hab äh bleib unten bleib unten äh ich bin jetzt auf Augehöhre mit ach Gott sei Dank ich bin jetzt nicht ich bin jetzt nicht was Alex bitte nicht Kato ist denn äh seh ich irgendwie anders aus warum nicht warum nicht ich war hier äh guckte was da vorne ich bin irgendwie sehr niedrig mit meinem Blickwinkel deswegen hier aus der Tür aber nicht da hin ich kann es nicht kaputt schießen oh ja ich seh's schon ne kannst du nicht Stefan bleib draußen bleib draußen hier ist eine Melone an mich kleben ok wer war in dem Raum äh wir beide haben es hinweg gewechselt ich hab das dann gesehen und dann dachte ich mir okay hab irgendwie guckt hier war keiner ok hm kannst du drauf schießen Alex ja aber es passiert nichts äh zimmel wie löst ah ok ok die ist explodiert schimpel Wutterschein hat sich erledigt äh ich hab hier ja ich hab die warte 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 ich hab die entschärft oh geil oh ja oh ja Pascal mach mal wer ist denn ich hab voll ran gesucht shit warte ist denn voll gut geil ich hab Möppis ich hab Möppis ja die wackeln keine wackeln aber ich hab leider nicht so'n Auschnitt dafür ist man meinen halben Arsch hey wer war das wie man sich das anhört ich hab mein Fenster auf ehhh dass du deine Möppis ja was Ich hab Möpse, aber ich hab keinen Ausschnitt dafür. Sieht man meinen halben Arsch, ja geil. Ja, schön. Ich bräuchte immer eine Motorfahrt. Da denken sich meine Nachbarn jetzt auch. Du hast keine Waffe. Die anderen haben alle schon gesehen. Ja, die habe ich jetzt auch. Sehr gut. So. Also die Melone hier oben ist jetzt weg, oder was? Warte, warte, warte. Warte, warte. Siehst du was, wenn ich reinste ziele, so? Ja, ja. Was? Oh, das hier. Ich bin auf alle Zielen hier. Also wenn ich nichts sagen, aber der Stefan steht hinter dir. Und der hat gerade seine Waffe weggetan und irgendwas in der Hand. Das ist eine Disco, die Sie sagen. Ich frag mich, wo ihr überhaupt seid. Im Haus. Im Häusler. Ja, in welchem? In einem der Häusler. In einem Hochhaus. Da haben wir ja zwei von. Hallo. Wer läuft da, da? Ah, okay. Ja, ich bin gerade da rausgekommen. Guck mal, mein Hintern. Alter! Der Peter! Äh, soll ich dir mal ein Spray zeigen, dass ich das nicht war? Willst du mich trafen? Ich bin am Arsch. Du es nicht. Wenn du sagst, es ist Peter, dann ist es Peter. Ja, natürlich. So, und wer ist es noch? Wo ist der Rest? Ich höre niemand mehr. Ach, da sind die ganzen Sachen gelandet, die ich vom Dach geworfen habe. Das ist witzig. Stefan? Ja. Aha. Ist der Rest schon tot, oder was? Nee. So, die Drei. Okay. Warum lebt denn der Peter noch, wenn du sagst, er ist es nicht? Alter! Fetisch, Peter! Also, wer lebt denn jetzt noch? Ich bin mal kurz im Skimm-Menü, okay? Ja, mit Sicherheit. Ja, das haben wir ausgemacht, dass das nicht missbraucht wird. Also, ich bin wirklich im Skimm-Menü. Irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht ist es ja auch gleich wieder geworden. Ich mach einfach mal so. So. Jetzt bin ich nicht mehr im Skimm-Menü. Wer lebt denn jetzt eigentlich noch? Kevin, du hast gerade noch was gesagt. Kevin? Ja. Wo ist denn? Da gucken, wer von uns beiden schneller ist. Ja. Ja, da wollen wir mal gucken, war. Bist du Trailer, oder was? Ja. Ja. Ja, was? Oh, Peter, du bist so ein Dixer. Das war eine richtig, richtige Demütigung, du Prenner. Was hast du denn gemacht? Der hat mich, der hat mich wiederbelebt und nochmal geklärt. Okay, das musst du dann erst mal machen. Oh nein, geil. Du wirst gar nicht, um seine Wiederbelebung zu pushen. Also, ich bin von meinem Blickwinkel aus jetzt genau auf Kevin Schulter. Du bist bei mir ein Errohr. Echt? Ja. Manu. Und Stefan, sag mal, wieso bist du dieselbe wie ich? Hä, echt jetzt? Also, ihr beide seid bei mir. Joll. Sag du. Ich hab dich gar nicht gesehen. Sind wir beide auch ein Errohr wieder da? Ja, ihr seid beide Errohr. Oh Mann, Kevin. Aber die Möpse waren ja so schön. Du musst einfach mal komplett alles neu installieren. Aber warum ich bei Sabrina ein Errohr bin, weiß ich auch nicht. Oh ey. Ja, Peter? Ich dachte, du musst auch gesehen. Nein, leider nicht. Oh, das ist ja blöd. Leider nicht. Da muss einer von uns ein Häschen in den Ohren machen. Ja, aber der sieht ja beide sie nicht. Wir sind ja Skill-Errors beim Kevin. Ach ja, ja, ja. Da müssen wir einen anderen machen. Ist ja egal. Sabrina, das war echt lustig, wie du da, äh, äh, wie ich dich abgeballert hab mit dem Bumerag. Und du so, Alter. Und ich so, was? Und du so, Alter. Peter, du bist so ein Wichser. Ja. Das gibt richtig Rache. Also, ich war grad bei dem anderen Zuschauer noch einmal im Strich wieder da drin und so, Hä? Schade, dass ich es nicht gesehen hab. Oh, Mann. Mach das nochmal, Peter. Ich wollte, ach, sie gucken, ob ich da noch einen Credit krieg. Du wolltest einfach nur deine Wiederbelebung pushen. Heizere. So. Fick dich. Bist du jetzt Traitor, oder? Hat der auf mich geschossen? Warte, ich gebe mich umregt. Oh, Pascal, du sitzt da. Also, das ist eine sexy Prozesse. Warte, ich gebe mich doch auf. Ah! Dann lass mir deine Waffe da liegen. Okay? Okay. Bitte? Okay, macht's wirklich. Fehler sind anscheinend. So, okay. Pfff. Ja, jetzt kann man sich gar nichts verändern. Peter, ist so dumm zum Scherben. Dann nimm doch einfach mal eine andere Skin. Ich hab jetzt einen genommen, bei dem ich weiß, dass der bei allen funktioniert. Okay. Immer toll. Also, Peter hat sich jetzt umgebracht. Der ist dreimal runtergesprungen. Ich weiß, wenn mir das jetzt einer negativ auslegt, dann rast ich aus. Der ist wo dreimal? Peter wollte sich umbringen, hat es dreimal nicht geschafft. Und beim letzten Mal hat es geschafft. Ich stand dahinter und hab's gesehen. Wenn mir das einer negativ auslegt, dann rast ich aus. Okay, okay, okay. Okay, Stefan is it. Okay, jetzt rast ich aus. Kevin, wo bist du? Mann, das ist doof, dass ich so niedrig jetzt hier rumlaufe. Also, ich sehe Wände und Tische und Kuchen. Diese Anime-Mädchen sind alle so, so, so. Sexy. Kinder. Ja. Kevin, da hast du jetzt gar nicht so schnell geantwortet. Das nervt mich. Ich bin ja wachsende Anime-Frauen. Gibt jetzt so was, Wadermal. Ja. Eigentlich bei uns halt nicht, weißt du. Hat der Stefan wieder Discord-Probleme? Nein, warum? Hörst du mich nicht? Alex. Alex, du hörst mich jetzt nicht. Weil du nicht redest. Ich rede die ganze Zeit. Ja, da muss ich doch gehen hier. Loi, was ist... Okay. Brrrr. 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 Ja. Wo bist du? Ich will dir mein Skin zeigen. Ich stehe hier und suche immer noch einen Skin. Oh. Du stehst ja jetzt von Anfang an. Ja, ja. Okay. Das war... Ich bin mir da echt schwer mit. Ja, ist noch ein Error bei mir. Ach, echt? Ja. Oh, da geht der ja auch nicht. Oh. Ah, der geht. Echt? Die alte da in dem... Woher ist die? Ich erkenne dich richtig. Also, ich kenne den Charakter überhaupt nicht. Aber es sieht aus, als müsste ich es kennen. Die ist doof. Die ist auch doof. Ach, das ist doch... Das ist doch eine Last. Ja, Kevin, aber ich sehe doch deinen Skin. Den hast du doch die ganze Zeit. Nee, ich habe den gerade noch mal so gewechselt. Zu der anderen eigentlich. Ach so, ja. Das ist auf jeden Fall... Der hat ja in dem pinken Kleid, die du so gerne hast. Ja, ja, ich weiß. Hatte ich gesehen. Du bist an mir vorbeigelaufen. Ja. Und? Hast du dich mal entschieden mit Skins? Nee, ich probiere gerade alle durch. Bist du mich... Also, wenn ich aus dem Menü raus bin, dann erschießt du mich, ne? Nee. Wir sind noch ein paar mehr auf der Map. Hm. Ich höre auch so viele. Oh, Mann. Warte. Ihr wartet nur auf mich, ne? Damit ihr mich nicht im Skin-Menü tötet, weil das gegen die Regel ist. Wenn du jetzt aber so lange drin bleibst, bis die Zeit abgelaufen ist, töte ich dich vorher, weil das geht auch nicht. Nein, mache ich ja nicht. Ich habe gleich... Scheiße, ey. Das sah jetzt so aus, als hätte der Kämpfer nicht geschossen, als der Skin sich geändert hat. Ja, das stimmt. Die wäre fertig. Und dann habe ich aber noch gewartet, bis die sich gedreht hat. Das war aber witzig. Also. Alex, du bist scheiße. Schon wieder, Innocent. Das kann nicht sein. Weil ich getötet wurde von dir. Äh, wie... Welche Taste ist Shift? Shift ist die Übersteuerung. Ein Kill, Mann. Alex hat nämlich alles alleine gemacht, in der Wunde. Nee, gar nicht. Nee, Shift und... Ja, bis auf Sabrina. Die habe ich gekillt. Nee, die anderen habe ich auch nicht getötet. Dann haben die sich alle selbst getötet. Okay, läuft. Ich bin da eben ins Hochhaus hoch. Da lagen überall Leiche. Nee, ich war nämlich auch nicht. Was habt ihr denn gerade gemacht? Ja, ehrlich. Okay, geht gar nicht. Haben Pascal und Peter da wieder ihre Spielchen gemacht, oder was? Nee, Peter hat mich einfach wieder abgeknallert, total random-mäßig. Ja, sag ich doch. Oh Mann. Ach, deswegen hat er sich dann wahrscheinlich auch umgebracht, oder was? Ja. Weißt du, ich renne daneben vorbei, schieße ihn einmal mit der Pugel in den Pfiff und der rottet mir sofort mit der Shotgun ins Gesicht, weißt du? Typisch Peter, ne? Typisch Peter. Du kommst doch auf den Lauf. Jede Situation, um mich zu töten, ausnutzen. Das ist ein richtiger Witz. Das ist ein richtiger. Hallo. Also Peter, dir vertraue ich kein Stück mehr. Wenn du das nicht nur Traitor bist und ich auch, verrate ich dich sofort. Zibis Traitor, Zibis Traitor. Ich habe geschossen, willst du mich wieder erschießen? Ich glaube, die sind beide Traitor und machen wieder ihr Spielchen da. Nein, bin ich die. Aber warum bin ich schlossen? Ja, 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 ja. Ich bin quasi... Pascal, sag noch mal, nee. Nee. Nochmal. Du bist ein Traitor, nee. Also, ich habe leicht, glaube ich, ein Lachen daraus gehört. Ich stelle mich hier in die Ecke und kriege das jetzt hin. Nee. Ach, schon wieder. Da war definitiv ein Grinsen drin. Hä? Die beiden haben ihn noch eingeschossen. Ich habe den Peter eingesperrt. Wie das denn? Nee, ich glaube, der deckt den Peter, damit er in Ruhe ist. Ich glaube, der Stefan ist es, weil er mich verdächtigt. Den Stefan, sobald ich den Stefan sehe, Junge, der schießt. Ich weiß nicht mal gern, warum Peter die ganze Zeit in der Ecke steht. Ich knall dich so vorab. Weil der Peter seine blöde Tastatur nicht mehr hinkriegt. Hast du da gerade auf mich geschossen, Stefan? Du hast auch auf mich geschossen. Der schießt auf mich. Der ist es. Der schießt auf mich. Oh, oh. Alter. Ich bin es nicht. Kevin, egal was du jetzt denkst, ich bin es nicht. Der hat auf mich geschossen. Oh. Ich weiß es nicht. Nein, wirklich. Ich bin es nicht. Hier, warte. So, ich gebe dir meine Waffe. Ich renne ins Volkstum. Was für was denn? Peter! Ich habe keine Money. Ich habe keine Money. Ah! Ich habe keine Money. Ich frage die Money. Wie der sich gerade noch schnell die Märtyrer gekauft hat. Nee, nee. Denkst, ich habe das nicht gesehen. Kurz anhalten und schnell die Märtyrer kaufen. Du Bisskopf. So, jetzt warte ich. Oh Gott. Babo! Schlaf mal deine Pumpgun nach. Was tuest du? Boah, Pascal. Pascal. Das kriegst du sowas von zu. Du hast angefangen. Du hast angefangen. Neben mir ist ein Schuss eingeschlagen. Ich habe mich erschreckt. Warum sind jetzt alle so leise oder ist hier wieder Schiss? Ah, nun, jetzt bin ich innocent. Das ist doch scheiße. Oh, ho, ho. So, wo bist du? Ja. Ja. Hallo. 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 Bist du es? Nein. Bist du es? Bist du es? Bist du es? Bin ich nicht. Bist du es? Bist du es? Wo ist der Pascal? Ich habe noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Hühnchen. Ich bin der Kevin. Wo ist der? Ah! 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 Wo denn? Warum? Wo seid ihr denn? Halt nur das, was du siehst. Ich bin ganz oben. Ich bin auch ganz oben. Und da bist du in einem anderen Haus. Ja. Toll. Wo ist denn da? Ah, da bin nur ich. Ey! Was geht ab? Nein! Nein! Oh mein Gott. Das war die Sache, Pascal. Und ich töte dich nicht. Ich töte dich nicht. Ach Gott! Ich komme jetzt zu dir und dann bist du tot. Gut, dann muss ich... Ich bin fast gestorben. Ah! Okay, wenn Sabrina jetzt gestorben ist, ist es wieder Peter. Nein, nein, nein. Ich bin nicht gestorben. Ich bin gerade vom... Also von ganz ganz oben bin ich runtergefallen. Aber ich habe es irgendwie geschafft zu überleben. Okay. Okay. Ja, da habe ich... Peter ist verschwunden. Peter, warum bist du verschwunden? Wo bist du? Der ist in einem anderen Haus. Boah, der... Boah, der... Du sackgesichtiges... Sackgesichtiges! Ah, Alex! Es ist auch! Wer denn? Wer denn? Wer denn? Ich bin doch gar nicht! Okay, gut. Nein, Peter ist es... Ne... Wo ist seine Leiche? Welche Leiche denn? Der redet mit mir. Pascal meine ich. Hatte dir ernsthaft einfach deine Katzenwaffe? Nein, der hat die... Nein, Cat. Aber das ist nicht meine Kitty-Cat. Hä? Aber die liegt hier. Ich kann sie mir klauen. Will ich sie? Kann ich sie mir klauen? Nein, ich kann sie nicht aufheben! Aber die liegt! Tier, ich will sie haben! Peter, ey! Peter hat mich mehr oder weniger gerettet. Okay. Ich habe... Ich habe was dann nicht getötet, ne? Echt? Ich habe aber nicht geschossen. Ich habe... Ich stand nur daneben. Nein. Ich habe geschossen, aber... Leiche nicht. Die ist weg. Dann hat er wahrscheinlich Second Chance drin. Ja. Also Pascal ist es? Ja, der ist es definitiv. Aber immerhin hat er seine Waffe verloren. Aber wer ist der andere? Es hat nicht eher... Was ist denn? Und da hattet ihr schon einen? Geht das? Ja doch, stimmt. Wenn du... Ja stimmt, das geht. Dann verliert man die Waffen. Oh, zu dieser Scheiß-Tisch! Oh mein Gott! Ja, das sieht klasse aus, was du da machst. Ja. Pascal! Wo bist du? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kriege gar nichts. Der Pascal ist es. Ich komme hier rum und sehe niemanden. Oh doch, hier ist Blut. Ist Stefan tot? I don't know. Das sollte ich halt sagen, ja. Ach. Das ist wahr. Ich glaube, es ist auch schon mal... Okay, das ist dann Rinderanschein gestorben. Ich bin mir jetzt runtergefallen, oder wurde sie abgeknallt? Ich weiß es nicht. Alex steht daneben. Ich stehe hier nur. Ich habe immer noch keinen von euch gesehen. Alex steht daneben? Ach da! Hallo! Alex. Echt's? Okay. Das wird mir immer so spekter hier. Ich vertraue nur noch Peter. Der hätte mich abgeknallt, wenn das gewesen wäre. Ich habe Sabu gefunden. Der Alex scheint daneben, aber ich kann sagen, dass er sie einfach übersehen hat. Nein, ich würde fast schon sagen, es ist Sabu Alex. Weil dann sind nämlich nur noch wir übrig und Pascal, der irgendwo rumsneakt. ist ja toll. Die Alex ist beim kleinen Haus gerade noch gewesen. Am Ende der Map da. Also ich würde sagen, es ist dann... Ist geil. Wenn der hier irgendwo ist, oder? Der ist rückwärts das Fenster rausgefallen und ich finde seine Leiche deswegen nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Oder in die Wand gebracht. Weil die Leiche da war. Ja, oder das. Wer weiß das schon. Das ist so lange jetzt ruhig. Das ist ungewöhnlich. Naja, ist ja nicht meine Zeit, ne? Ja. Ja. Also der Pascal war die ganze Zeit tot. Ich bin schon wieder innocent. Ich bin schon wieder innocent. Es ist zum Kotzen. Ich bin auch... Es ist so... Es ist... Willst du mich nochmal antriegen, Stefan? Ja! Komm hierher, du Arschloch! Ich hab' dir auf die Fresse, wenn ich das dann übersehe! Kann! So! Alter. Ist das dein Ernst? Ja. Ah! Peter... Ich hab' dich getroffen. Ich hab'... Ich hab' zu den beiden geschossen, um da ein bisschen Stress zu machen. Du hast mich getroffen. Ich hab' dich getroffen. Aha. Was macht der? Du bist aber bei mir noch grün. Nein, kann nicht sein. Ist aber so. Wie viel Leben hast du noch? Ich bin nur grün-innocent. Ja, das stimmt. Wie viel Leben hast du noch? 9,9. 9,9. 10,9. Du hast mich getroffen. Ja, hab' ich. Jetzt sind wir quitt. 75. Wie viel hast du? 76. 1 kannst du nicht abziehen. Ah, 1 kannst du. Jetzt hab' ich nur noch 52. Wie viel hast du jetzt? Oder? Jottes Willen. Jottes Willen. Jottes Willen. Ja. Ich hab' nur noch 50. Alles klar. Wo bist du? Lass' es. Lass' es. Ne! 28! Ich hab' nur noch 28! Der hat mich auf 28 untergeschossen. Ja, ich glaube auch. Voll fail. Alter. Wo bist du? Ja, das stimmt. Das ist irgendwie voll bescheuert, ne? 3. Nein, wollte ich nicht. Ich will mitmachen. So. Nein, ey! Nee, Peter, geh weg! Peter! Peter hat auch mitgemacht. Ich bin jetzt schon auf 28. Das geht... Ich hab' nur noch 3! 3! Ah! 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 Was war jetzt hier los? Wer lebt hier noch? Was? Schieß du jetzt auf mich? Du hast was kamen gebracht! Du hast was kamen gebracht! Nein! Gott! Der labert! Soll man nicht so tun? Als hätte der irgendwas gesehen! Echt! Ah! Ah! Was war das jetzt? Habt ihr jetzt alles selber rum? Die haben die ganze Zeit auf dich geschossen und ich dachte ich guck mir das mal an! Oh, ist das ätzend. Aber ich habe dafür Peter von Pascal abgeknallt. Oh mein Gott, ich bin schon wieder ein Aino-Send. Aino-Send? Ein Aino-Send. Ja, so könnte man diesen Status nennen. Aino-Send. Aino-Send. So, Pascal. Nee, Peter, du. Wo bist du? Aino-Send. Ah, ich fliege! Ich bin hier fast die Treppe hochgepackt. Ja, hier war gerade Low Gravity. Ich bin auch die Treppe hochgepackt. Das war keine Disco, das war Low Gravity. Ich bin doch nicht doof. Wow. Ja, bei mir bist du einfach nur hochgeflogen. Ja, das war aber keine Disco. Da fliegt man im flachen Winkel weg. Ich bin aber hochgeflogen. Das weiß ich ja nicht. Ich habe nie wieder hochgeflogen. Bis nach oben, dann da unten, dann warst du höher. Also, Peter, ganz ehrlich. Peter hat sich da oben vom Dach gestürzt. Du kannst dir vielleicht nicht sehen. Ja, die hat eigentlich eine Disco geworfen. Und irgendwie hat das nicht funktioniert. Wahrscheinlich wollte ich mich auch noch mitholen. Dann hat sie sich umgedreht und ist gesprungen. Ich glaube, Peter und Pascal sind nicht. Und Kevin ist es. Stefan, ich habe nichts gemacht, Junge. Ich habe auch nichts gemacht, also ich stehe nur rum. Irgendwas ist da gerade am Haus langgeflogen. An was für einem Haus? Oh, Leute. Können wir ablassen? Keine Ahnung. Ja, da hinten, das Haus in der Mitte. Da ist gerade irgendwas Schwarzes an der Wand langgeflogen. Warte, warte, warte. Zimbel, stehst du über mir im Haus oder unter mir im Haus? Hast du das auch gesehen an der Wand? Ja, das habe ich auch gesehen. Was war das? Warte, guck mir auf das. Warte, ich schieße mal drauf. Okay, siehst du ihn. Ich stehe hier. Du bist über mir. Ich glaube, du bist über mir. Ja, guck. Okay, dann sind wir beide schon mal safe raus dahin. Weil wir die beiden da nicht sind. Weil der Stärkopfhund ist nämlich gestorben im Haus, wo Alex gerade ist. Warte, hier bist du nicht. Bist du ganz oben? Ja. Achso, ich war zwei unter dir. Oh, Kevin! Jo, ist das scheiße. Okay, da der Kevin ist, könntest du der andere sein, Zimbel. Nee. Ich habe nicht zugehört. Meine Schrofflinte war so laut. Was habt ihr gesagt? Also der hat gerade eine Frau umgebracht. Ich wollte es nur sagen. Ja, Kevin. Nein. So etwas würde ich nie tun. Ach, das ist Kevins Flügel. Hat der Kevin Flügel? Oder haben die da rausgepackt? Warte, warte, warte. Warte, Zimbel, warte. Nein, ich habe keine Flügel. Kannst du hier, wenn du normal hier rüber guckst, da rüber gucken? Und auf den Boden gucken. Was? Ich habe das Gefühl, ich bin nur noch halb so groß, wie ich so groß sein sollte. Ich kann doch mal das. Ich kann nur aufgucken. Peter, Peter, das habe ich auch. Was soll das? Nein, du kriegst das Ding nicht. Peter, wieso hast du das getan? Was hat wer getan? Ich habe nicht auf dich geschossen. Ich habe das zugelassen. Ja, das stimmt. Ich hatte eigentlich die Idee, dann ihn noch zu schubsen, aber der war nicht nah genug an dem Rand. Das hätte nicht geklappt. Das wäre aber lustig. Das hätte ich einfach runtergeschubst. Ich habe mich einfach runtergeschubst. Ich habe mich schon oben drauf. Ich weiß, aber du warst ganz vorne. Lavender Town. Lavender Town, Kevin. Nein. Nein. Und das war es von der Folge. Und die nächsten kommt jetzt. Und das war es von der Folge.